Ja, Newsflash, schön, dass ihr da seid, vielen Dank fürs Einschalten, wir sind hier mit einer neuen Ausgabe Newsflash, wir haben interessante Nachrichten, wir haben ein bisschen traurige Nachrichten und dann haben wir noch mehr interessante Nachrichten, also bleibt auf jeden Fall am Start, wenn ihr neu hier seid, würde ich mich freuen, falls ihr abonnieren könntet, wenn es euch nicht gefällt in ein paar Tagen, könnt ihr es einfach wieder zurücknehmen, das kostet nichts und so weiter, also wirklich gar kein Risiko für euch und falls es euch gefällt, erstens gut für euch, zweitens gut für den Kanal. Ansonsten weise ich euch nochmal kurz drauf hin, Holy hatte Anfang der Woche irgendwann einen richtig großen Restock, wo alles neu aufgefüllt wurde, die ganzen Geschmackssorten, also wenn ihr was wollt, Holy Lemonade, würde ich gerade sagen, Lions Lemonade, kann ich euch immer noch sehr empfehlen, schlagt jetzt zu. So, erste Nachricht, wir bringen das Traurige direkt mal aus dem Weg, Jeff Gladney, Cornerback, gedraftet von den Vikings, hätte jetzt bei den Cardinals gespielt, ist gestorben, am Montag glaube ich bei einem Autounfall, ist natürlich generell super bitter, wenn jemand bei einem Unfall stirbt und dann, wenn die noch so jung sind immer, ist das echt, irgendwie fühlt sich das nochmal schlimmer an, war erst 25, ist natürlich ärgerlich, Es sind keine Umstände bekannt, aber Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es auch egal, ich glaube es wäre nur nicht egal oder würde vielleicht an den Gefühlen, die man hat, in die Richtung irgendwas ändern, wenn es so eine Henry Rock Sache wäre, aber Ich glaube, das wäre schon raus, also vermutlich war es wirklich einfach nur sehr, sehr unglücklich, ähm, und ja, ähm, natürlich Beileid an die Familie und sowas, auch wenn die das logischerweise nicht mitkriegen werden, aber ähm, super dumm sowas, ich hab nur gedacht, ich sollte es vielleicht erwähnen. So, hin zu positiveren Nachrichten, Akeem Hicks ist zu den Buccaneers gegangen, ich hab natürlich jetzt nicht in jedem Newsflash immer irgendwelche Free Agent Verpflichtungen oder sowas erwähnt, äh, selbst teilweise Trades hab ich herausgelassen, das ist nur ein Zeichen dafür, dass der Trend gefühlt weiter geht und finde ich auch ein kleines bisschen, auch wenn es jetzt, äh, vielleicht ein bisschen weit, weit hergeholt ist, dass die NFC gefühlt weniger Spitzenteams hat, beziehungsweise nicht nur gefühlt, die NFC hat weniger Spitzenteams, dadurch ist es vielleicht einfacher, aus der NFC in den Super Bowl zu kommen, weil man weniger Teams aus dem Weg räumen muss, und zweitens, hab ich das Gefühl, die AFC-Teams, die gerade oben sind, sind beständiger, die sind aufgebaut über den Draft, das sind nicht so wirklich ältere Teams, das sind keine Teams, wo man befürchtet, uff, in 3, 4, 5 Jahren könntet ihr richtig Cap-Struggle haben, wie das die Teams in der NFC sind, ähm, das heißt, die NFC-Teams fahren eine ganz andere Schiene zur Zeit als die AFC-Teams, aber die NFC-Teams haben halt auch die älteren, die Veteran-Quarterbacks, deswegen ist das eine ganz interessante Dynamik, auf jeden Fall ist es ein absoluter Ring-Chaser-Move, möchte jetzt nochmal, oder was heißt nochmal, aber möchte jetzt einen Super Bowl-Ring gewinnen, ähm, und das hat irgendwie so eine negative Konnotation, wenn man das sagt, ah, Ring-Chaser, da, 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 aber eigentlich, so wie es zur Zeit bei vielen gemacht wird, finde ich das in Ordnung, von wegen, die ganze Zeit bei den Bears gespielt, der war halt, der war gefühlt die Bears einfach, ne, also für, für Bears-Fans wird es entweder schlimm zu sehen sein, oder das ist so ein bisschen wie der Stafford-Move von, von den Lions, als er weggegangen ist, weil ich glaube, da waren auch alle Lions-Fans, oder fast alle so, von wegen, ey, fair play, bro, hol dir deinen Ring, äh, hier kriegst du ihn sowieso nicht, und danke für alles, was du gemacht hast für die Lions, und ich hoffe, dass das von den Bears-Fans so ähnlich ist Richtung Akeem Hicks, dass man sich da jetzt nicht irgendwie ein bisschen gebackstabt fühlt, oder so, äh, könnte natürlich auch nochmal was anderes sein, weil die Lions ja sehr viel gekriegt haben für Stafford und die Bears jetzt für Hicks nicht, ist dann natürlich auch eine andere Position, ein anderer Wert und sowas, Dreck, ich hab mir irgendwo irgendwas aufgekratzt, aber egal, ähm, aber ja, dieses Ring-Chase, wenn es so gemacht wird, finde ich es eigentlich okay, von wegen, wenn du erst versuchst, deinem Team die ganze Zeit was zu geben, und mit dem Team, was sich gedraftet hat, beziehungsweise wenn das Team einen gut behandelt natürlich, hochzukommen und sowas, und wenn es dann nicht klappt, und man am, am Ende seiner Karriere ist, so, warum dann nicht irgendein Team suchen, mit dem man vielleicht noch einen Superbowl gewinnen kann. Lamar Jackson wurde jetzt kritisiert unter der Woche von Chris Sims, ist, äh, in, in den Sportmedien tätig, und da sollte Chris Sims, glaube ich, auch jedem ein Begriff sein, oder nicht jedem, aber, ähm, ähm, jedem, der, der viel Football guckt und auch bei den amerikanischen Medien drin ist, oder so, ihr habt bestimmt irgendwann Chris Sims schon mal gesehen oder gehört, egal, ob euch der Name jetzt was sagt oder nicht, und auf jeden Fall hat der Lamar dafür kritisiert, dass er nicht bei den OTAs ist, oder damals nicht bei den OTAs war, ich hab, äh, die letzten beiden Tage nicht geguckt, ob er dazu gestoßen ist, aber ist mir auch eigentlich relativ egal, kommen wir auch noch dazu, warum mir das egal ist, ähm, ähm, die OTAs sind die Organized Team Activities, das heißt, da, da ist theoretisch das erste Mal das komplette Team zusammen, ähm, sorry, vorher hast du schon so freiwillige Workouts, äh, wo eigentlich nur die Veterans sind, dann die Rookies sind natürlich im Rookie Minicamp, und dann jetzt bei den OTAs kommen die sozusagen so zusammen, ähm, es ist üblich, dass Veterans dann nicht kommen, es gibt natürlich auch welche, die kommen da jedes Jahr hin, und die arbeiten da jedes Jahr, und da, 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 ähm, aber, es ist jetzt nicht, sag ich mal, verpönt bei den älteren Spielern, dass man da nicht hingeht. Der Punkt von Chris Sims war halt bloß, Lamar ist zu jung und zu unaccomplished, ähm, also er hat keinen Superbowl gewonnen, um das zu machen, jetzt schon als Quarterback. Er hat das verglichen mit Tom Brady und hat gesagt, ah, das erste Mal als Tom Brady nicht gegangen ist, da hat er schon so und so viele Superbowls gewonnen, und dadadadada, äh, abgesehen davon, dass solche Vergleiche sowieso immer stinken, weil es ist halt jeder seine eigene Person, hat auch jeder einen eigenen Führungsstil, jeder einen eigenen, äh, Arbeitsstil, wie er gut funktioniert. Manche Leute zum Beispiel haben die besten Workouts im, äh, also jetzt auch auf unserem Level, manche von uns haben die besten Workouts irgendwie im Gym, weil sie das, also in einem Fitnessstudio, weil sie das Gefühl haben, okay, Leute, beobachten mich jetzt, jetzt muss ich hier ordentlich machen, und dadadada, und das pusht die dann. Andere Leute, die finden das vielleicht total unangenehm, und die trainieren dann besser bei sich zu Hause in der Wohnung oder im Garten oder was auch immer. Und auf, auf so einem Level ist das, und auf einem hohen Level ist das natürlich auch so. Wenn Lamar sich jetzt denkt, okay, bei diesen Team-Activities natürlich ist ihm das nicht unangenehm, aber da machen wir halt Sachen, die irgendwie allen passen müssen, und ich hab lieber meinen perfekt auf mich geschneiderten Plan, den ich mit meinem Personal Trainer mache, pff, dann soll er das machen. Und ich bin außerdem der Meinung, OTAs sind wichtig für junge Spieler, das ist absolut richtig, und für Spieler, wo sich was im System ändert. Das heißt, wenn man entweder das System einfach so umstellt, oder wenn man einen neuen Playcaller hat, einen neuen Offensive Coordinator zum Beispiel für den Quarterback, oder einen neuen Headcoach, dann ist es immer wichtig. Für alle anderen Szenarien finde ich es nicht besonders wichtig. Das heißt, gerade jetzt gucken wir uns mal Ravens Offense an. Was ist die Ravens Offense? Die wird sich nicht wirklich ändern, natürlich ist immer ein bisschen Flux, und du hast immer verschiedene Sachen, die überarbeitet werden, und so modernere Sachen, die reinkommen. Man guckt sich in der Offseason natürlich auch das Playbook an und sagt, guck mal, hier, das haben wir drin, das haben wir gar nicht gebraucht letztes Jahr, das fühle ich überhaupt nicht mehr, das kommt raus. Also natürlich ändern sich so Sachen, es ist jetzt nicht wie Madden von wegen, okay, wir hatten das Playbook, wir haben das exakt gleiche Playbook nochmal, aber die Offense wird sich nicht ändern, die Offense ist nach wie vor maßgeschneidert für Lamar Jackson. Das heißt, es ist sein Offense. Er muss da nicht großartig was dran lernen, für ihn ist es quasi genauso wie sonst. Und abgesehen davon ist es ja jetzt auch nicht so, dass er einfach sagt, ja, Jux, ich komme dann übrigens zum Regular Season Game 1, da sehen wir uns dann die Woche vorher, da ist ja auch noch das ganze Camp im Sommer, das ganze offizielle richtige Trainingscamp, und da ist er natürlich auch. Noch dazu sind diese OTAs sowieso nicht so verpflichtend, das heißt, also ich finde es wirklich absolut nicht schlimm in der Situation. Lamar hat auch darauf geantwortet auf Social Media, auf Twitter war es, glaube ich, und mehr oder weniger hat er das Gleiche gesagt von wegen, ey, Bro, lass mich mal in Ruhe, ich werde schon irgendwann da sein, alles gut, ich versuche halt auch nicht Tom Brady zu sein, sondern Lamar. Und ja, ich weiß, dass es irgendwann mal ein Zitat gab von Lamar Jackson, dass er gesagt hat, er möchte der Tom Brady dieser Generation sein, aber da war halt auch noch ein ganzes Ende jünger, also er versucht Lamar zu sein, er wird irgendwann da sein, aber er macht es halt nach seinem Zeitplan und nicht nach irgendeinem Plan, wenn irgendwelche Leute nach ihm schreien. Fand ich eine gute Antwort, ist respektvoll geblieben und so weiter, hat er Jux gemacht. Also ja, das ist mein Stand dazu, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, von der ganzen OTA-Sache generell oder vielleicht jetzt auch spezifisch auf Lamar Jackson. Es gibt eine neue Anklage für Deshaun Watson. Die kam jetzt, ich weiß nicht, ob sie rauskam, aufkam, was auch immer, aber auf jeden Fall gibt es eine neue Anklägerin, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, aber ich glaube, der ist sowieso irrelevant für uns. Auf jeden Fall ist es quasi nicht anonym, sondern sie hat ihren Namen gegeben und so weiter und angeblich gab es da, oder ihre Anschuldigungen ist quasi, dass ich glaube, er hatte drei Termine bei ihr oder so und es ist halt von Termin zu Termin immer ein bisschen schlimmer geworden. So beim ersten wollte er halt irgendwie, dass sein Hintern massiert wird, wo ich sage, das, also da ist halt schon ein Riesenmuskel, ne? Also das muss jetzt nicht unbedingt was Sexuelles sein, so das kann halt auch wirklich was Performance-mäßiges sein, aber okay. In der zweiten Session hat er ihr dann irgendwie an den Hintern gefasst, das geht dann logischerweise natürlich überhaupt gar nicht und in der dritten Session hat er sich dann nackt hingelegt angeblich und wollte dann, oder hat sich geweigert, sich zu bedecken und hat sich die ganze Zeit überreden wollen, dass sie mit dem schläft. Das sind die Anklagepunkte. Jetzt fragt man sich natürlich, und das war auch mein erster Gedanke, deswegen war ich dankbar dafür, dass der Artikel, den ich gelesen habe, das Ganze auch aufgeklärt hat, warum jetzt? So, die ganzen Klagen sind durch, beziehungsweise war eine Sammelklage oder zwei verschiedene Sammelklagen, alles ein bisschen juristisch neblig für mich, weil ich, wie gesagt, da nicht so viel Ahnung und auch nicht so viel Interesse habe. Aber warum kommt sie quasi jetzt hinterher, wo das ganze andere Gefühl schon fast durch ist, ne? Und da gab es, wie gesagt, einen Grund für, ob man dem glaubt oder nicht, ist dann die andere Frage. Sie hat anscheinend ein Segment gesehen auf HBO, wo es, ich wollte gerade HBO übersetzen, aber ich weiß gar nicht, wofür HBO steht. Home Broadcast? Irgendwas? Egal. Auf jeden Fall hat sie da scheinbar ein Segment gesehen, in dem es um diese ganzen Klagen ging und war ergriffen von dem Mut von den Anklägerinnen, dass sie sich jetzt quasi auch getraut hat, mit ihrer Geschichte nach vorne zu kommen. Und anscheinend hat sie auch getriggert, dass Sean Watson irgendwann gesagt hat, er hat no regrets, also er bereut nichts quasi und er hat nichts falsch gemacht. Und jetzt sind wir wieder genau an dem Punkt, der so oft da war. Die Argumentation zieht für mich, gerade dieses, dass sie das getriggert hat, dass Sean Watson gesagt hat, er bereut nichts, dass sie gesagt hat, du bereust nichts, fuck it, ich verklag dich. Aber auf der anderen Seite kann ich genauso gut die Argumentation nachvollziehen von wegen, warum kommt sie erst jetzt? So die ganze, der Mut von den Anklägerinnen hat mich überzeugt, das hätte auch vor einem Jahr schon ziehen können. Natürlich ist jeder unterschiedlich und vielleicht, das ist ja auch nicht eine entweder Ja oder Nein Sache, vielleicht ist jetzt einfach genau die Schwelle überfüllt, was auch immer, ihr wisst, was ich meine. Ähm, vielleicht war auch das mit dem keine, keine, oder er bereut nichts, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, um eine schöne Metapher reinzubringen. Ich weiß es nicht, aber es kann genauso gut sein, dass er jetzt gesehen hat, hm, es geht Richtung Abfindung vielleicht, äh, vielleicht werfe ich meinen, meinen Hut auch in den Ring, vielleicht kriege ich dann was von der Abfindung ab. Das ist natürlich jetzt auch wieder super fies, sowas jemandem zu unterstellen. Und ich sag auch nicht, dass es realistisch ist, oder, also realistisch ist es schon, ich sag nicht, dass es wahrscheinlich ist, ich sag nur, ich hab keine Ahnung und ich bin der Meinung, wir alle können keine Ahnung haben, weil beide Szenarien absolut realistisch sind, beide Szenarien hat man schon gesehen in der Vergangenheit, beide Szenarien wird es vermutlich leider noch mehrfach geben in Zukunft. Ähm, und dementsprechend finde ich das da jetzt auch wieder Quatsch, wenn es Leute sagen, seht ihr, jetzt kommt noch eine, er ist schuldig. Oder wenn auf der anderen Seite Leute sagen, seht ihr, sie kommt jetzt erst, das kann gar nicht stimmen. Wir wissen es einfach alle nicht. Als letztes noch ein riesen Dankeschön an alle Kanalmitglieder, die den Kanal nicht nur unterstützen, indem sie die Videos gucken, von mir aus mal ein Like dalassen und abonniert haben und so, was sie theoretisch alle machen können, was nichts kostet, was auch super viele von euch machen und da bin ich auch sehr dankbar für, sondern diese Kanalmitglieder unterstützen den Kanal sozusagen noch finanziell oder nicht nur sozusagen, sondern sie unterstützen ihn noch finanziell, was natürlich absolut nicht nötig ist, worüber ich mich aber trotzdem sehr freue und was dem Kanal sehr hilft. Shoutout an die Mitglieder im höchsten Level, an alle meine Proballer. Vielen Dank, Stefan Grunder, Nacho Out, Yankee Tango, Blindage 91, Pause 9 Channel, Dope Boden, TJ Ryan, Josie, Ben Dachgeschoss, Stillstoner, Hooper, Gordon Sport, Fabian, Marcel Schwarzert, oder nur Marcel, sorry, Prinz, Cem, Yasiel, Kunz, Hannes Weiler, Chris, Schreddias, Matthias Fischer, Joshua, E. Kurt Nessner, Jan Haier, GGT oder Lukas, Steve Arizona, Marcel Goff, Falkens, Jonas Eberlei, Levenfaust, Johannes Vande, Kanale gerne, Winnow2, Patrick Schneider, Tobias Mangold, Christian Rikert und It's Pretty Ass. Vielen Dank für den Support, Jungs, weiß ich nach wie vor sehr zu schätzen. Alles klar, das war es mit dem Video, ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat, wenn ihr aber nicht mich freuen, falls ihr ein Like da lasst, und wenn ihr neue Seiten nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder, bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal.